Ich lerne Deutsch. Nummer 14243 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ein Tag am See ist für mich die perfekte Mischung aus Aktivität und Entspannung. Ein Tag am See ist für mich die perfekte Mischung aus Aktivität und Entspannung. Das Wort ansprechend wird verwendet, um Dinge, Orte, Präsentationen oder Verhaltensweisen zu beschreiben, die attraktiv, angenehm und einladend sind und somit positiv auf andere wirken. Das Wort ansprechend wird verwendet, um Dinge, Orte, Präsentationen oder Verhaltensweisen zu beschreiben, die attraktiv, angenehm und einladend sind und somit positiv auf andere wirken. Das Wort ansprechend wird verwendet, um Dinge, Orte, Präsentationen oder Verhaltensweisen zu beschreiben, die attraktiv, angenehm und einladend sind und somit positiv auf andere wirken. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann es zuletzt so kalt war. Das Interesse an beruflicher Weiterentwicklung motiviert uns, im Büro unser Bestes zu geben. Ich habe ein paar Zahlen zusammengestellt. Wir können mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden sein. Ich habe ein paar Zahlen zusammengestellt. Wir können mit der bisherigen Entwicklung sehr zufrieden sein. Flugbegleiter sorgen für die Sicherheit und den Komfort der Passagiere und tragen zu einem angenehmen und stressfreien Flugerlebnis bei. Flugbegleiter sorgen für die Sicherheit und den Komfort der Passagiere und tragen zu einem angenehmen und stressfreien Flugerlebnis bei. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. A. 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 A.